Du fragst dich jetzt vielleicht wie weiss ich welche Variable ich wie ansteuern soll und was denn zu was gehört. Für Thymio gibt es dazu ein Cheat Sheet. Ein Spickzettel. Ich zeige ihn mal hier auf dem Bildschirm. Hier siehst du folgendes. Wir haben einerseits die Sensoren oben andererseits haben wir die Aktoren unten. Sensoren sind also Werte welche Thymio empfängt und Aktoren sind Werte welche Thymio ausgibt. Zum Beispiel kann Thymio Prox Horizontal empfangen. Das sind also die Sensoren welche die Distanz in der Horizontalen messen können. Dann gilt jede LED auch als Aktor. Das heisst eine LED kann eine Information rausgeben. Auch die Motoren sind Aktoren. Dann gibt es noch einen Haufen andere Werte. Wir werden die meisten davon dann kennenlernen. Was wir jetzt machen können, wir können mal zum Beispiel eine LED ansteuern. Wenn wir eine LED ansteuern, dann machen wir das immer über den Befehl Call. Anschliessend müssen wir angeben welche LED und wir müssen entsprechende Werte angeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel die LEDs auf der Oberseite ansteuern wollen, also die farbigen LEDs hier. Dann müssen wir hier LEDs.top ansteuern mit drei Werten, nämlich Red, Green und Blue. Und jeder Wert soll eine Zahl zwischen 0 und 32 erhalten. Also die Zahlen hier in der Klammer, die geben euch jeweils an welchen Wert man angeben kann. Nehmen wir als Beispiel Motor. Der Motor zum Beispiel, der kann eine Zahl zwischen minus 500 und plus 500 erreichen. Das heisst 500 ist die grösste Geschwindigkeit. Hier in diesem Fall 20 cm pro Sekunde ungefähr. Er kann rückwärts gehen und er kann vorwärts gehen. Gleichzeitig kann eine LED keinen negativen Wert erhalten. Also die kann damit nichts anfangen, weil es gibt ja kein negatives Licht. Bei den Tönen gibt es je nachdem die Möglichkeit entweder eine Frequenz anzugeben, das heisst irgendeinen Piepton. Oder ich kann auch irgendwelche Waves, das heisst ich kann zum Beispiel eine Sounddatei auf den Thymio laden und diese entsprechend abspielen. Wir machen jetzt mal folgendes. Wir rufen zuerst eine LED auf und anschliessend lassen wir mal den Motor laufen. Die LED machen wir mit Call und sagen dann welche Leds und er schlägt mir schon vor welche das hier da sind. Punkt Top möchte ich. Ich kann jeweils mit Tabulator ergänzen, da muss ich nicht immer alles selber schreiben. Klammer auf und jetzt muss ich die drei Werte angeben, die mir hier angezeigt werden. Also ich habe hier drei Werte Red, Green und Blue. Wenn ich jetzt also 0 immer mit Komma trennen, das steht auch hier, hier habe ich ein Komma jeweils, 0, 32, 0, dann erhalte ich grün. Wenn ich das ausführe, dann erhalte ich die Farbe grün. Ich kann hier beliebig mischen, das heisst ich kann zum Beispiel auch die letzten zwei miteinander vermischen. Dann ergibt es ein helles Blau. Nun kann ich natürlich auch einen Motor aufrufen. Wenn ich einen Motor aufrufe, dann schreibe ich direkt in die Variable des Motors und das geht folgendermassen. Eine Variable beschreibe ich, indem ich sage sie ist gleich ein Wert. Also in diesem Fall zum Beispiel der linke Motor, der soll die Zielgeschwindigkeit, also Motor links, Ziel, soll gleich 50 sein. Das heisst die Geschwindigkeit 50 soll er erreichen. Jetzt wird also die Variable MotorLeftTarget 50 sein. Jetzt möchte ich aber das auf der linken Seite auch noch sehen. Ich habe hier nicht auf Auto gestellt. Das stelle ich noch auf Auto. Wir können jetzt mal schauen. Zuerst die LEDs. Wo haben wir die Procs? Die sind jetzt gerade nicht sichtbar. Aber die Motoren, die können wir auf jeden Fall anschauen. Also die haben wir hier irgendwo. Genau, das sind die Motoren gelistet. Und wenn wir jetzt den Motor laufen lassen, dann sollte der Motor links, der sollte 50 erhalten als Geschwindigkeit. Laden ausführen. Und man sieht jetzt hier, er versucht jetzt immer 50 zu erreichen. Das ist halt jetzt abhängig davon, wie der Untergrund ist. Wenn ich ihn jetzt hoch halte, dann wird es etwa ähnlich sein. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was der Motor selber so leistet. Aber der Roboter versucht immer den Motor auf die Geschwindigkeit 50 zu bringen. Jetzt muss ich aufpassen, weil es gibt keinen Grund für Thymio zu stoppen. Ich habe ihm jetzt nie irgendwo einen Befehl gegeben zu stoppen. Ich kann ihn aber hier über das Studio selber stoppen. Jetzt werden einfach alle Werte zurückgesetzt.